Achso, ja. So, wollen wir mal. Ja, genau. Es gibt ja ein Auto, dass er so läuft. Ich darf da parken? Aha, war von mir was? Ich bin eh jetzt weg. Ja. Augen zu und dann durch. Dann ist vielleicht zur Links, ne, junger Mann? Der Nachhank. Vielleicht zur Links, die durchziehen können. Vielleicht zur Links ist hier. Wieder mal ein neues Auto kriegen können. Ich weiß nicht, keine Verkehrsregeln. Sollte mal wieder Nachschulung machen. Finde ich. Ich weiß nicht, ich lass die Scheiße ziehen. Warte weg, da. Besser aus. Vorher frische Luft gehen. Scheiße, kam er da. Ja. Jetzt vergebe ich. Arschgeige. Geht's, als wenn er schwul wäre. Als wenn er einen Schwanz im Arsch hätte da. Daher. Oh es geht nicht hin. Es geht noch immer weiter. Ja, ja. Schnellst du mal wieder. Es gibt auch keine Verkehrsregeln in der Burgstelle. Durchgezogene Linie darf man nicht überfahren, auch als Motorradfahrer nicht. Und schon wieder dort. So, wir können Wasser geben und Futter, dann abnehmen wir den Garten. So, wir können die Flasche abnehmen. So, wir können die Flasche abnehmen. Jolli kann er sich selber anhören, was ist das für einer, und das sagt er. Er kommt viel weiter vor ey. Bist'n du für einer? Wollen netter Lappen gefunden, Mistkübel, wa? Schönen Abweichen, Junge. Und tschüss. Sonntagsfahrer wahrscheinlich fährt er nur bei schönem Wetter. Gibt's da solche Leute? Wir haben aber schön Wetter am Burken. Ja, Schleuder. Ja. Ah, mag ich ja nicht? Gibt's da jetzt auch noch gute Marke? Oh, schon wieder so gelb. Ja, was war? Gibt's irgendwas mit der Pontchins rein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020